Naja, es scheint so, als würden die Eigenschaften des Hutmachers sich komplett umkehren, seine Faszination für Hüte und alles, was damit zusammenhängt, wurde jetzt auf Uhren und die Zeit selbst übertragen. So. Alles klar. Wir müssen die Uhr wahrscheinlich etwas umstellen, damit wir auf Punkt 6 Uhr kommen, weil sonst werden wir das ja hier nie hinkriegen. Ich meine, ich kann jetzt nochmal ein bisschen warten und dabei etwas gähnen. Und? Nö. Ich muss wahrscheinlich irgendetwas machen. Ja. Auf euch habe ich schon gewartet. Nö. Haben die eigentlich überhaupt Namen, die Gegner? Das wäre toll. Ähm. Ah, ich stirb. Ich stirb in der Kotze. Nö. Na, was ist mit dir da oben? Du bleibst hängen. Ja, kein Problem. Ach, hier geht's. Uah, noch weiter. Uah. Ja. Uah. Uah. Nein, nicht runterfallen. Rotterfallen ist doof. Was ist los? Was könnt ihr? Oh mein Gott, Spider-Man time, oder was? Wow. Schlimm genug sind die Viecher doch schon. Okay. Safe. Da haben wir überstanden. Hohohoho. Und schon wieder kommt so Viehchen. Na komm. Ja, du springst runter. Und Shotgun! Yeah. Komm. Komm. Und. Na, Shotgun! Wieso geht dir... geht dich das so scheiß Dreck an? Na, auf damit. Ich bin tot. Ich bin tot. Ach, fuck. Wieso hat das Vieh sich überhaupt nicht dafür interessiert? Ja, komm. Shotgun! Nochmal. Komm. Äh. Ich kann gar nichts machen hier. Das Vieh. Shotgun! Bäh. Hör auf damit. Hör auf damit. Böse. Oh mein Gott, hält das Vieh was aus. Und ich leider so gar nicht. Ich bin schon recht froh, wenn ich dieses LP durchhabe, weil, ah, das ist schon relativ hart. Yeah. Eine Falle? Nein. Haha. Okay. Von dort hinten kamen wir ja letztes Mal. Wohin? Ich weiß nicht. Was? Tee Party. Alles klar. Nein. Hilfe. Ach, du Kacke. Ich liebe euch. Nicht. Äh. Okay. Feuer macht mir Schaden. Darauf hätte ich kommen können. Manche Spiele sind darauf ja nicht so versiert, wie zum Beispiel Skyrim. Ja. Oh, das war noch schlechter. Nö, das war dumm. Okay. Das wird jetzt gleich extremst... ...beschissen. So. Jump. Hey, ich kann fliegen. Wunderbar. So. Äh. Ich hätte vielleicht vorher speichern sollen, ne? Das wäre besser gewesen. Äh. Ja, quietschfidel. Nein. Ha. Ich bleib erstmal hier. Dann... Ja, hab ich das nur mit zweien zu tun, ne? Wenn ich das nur drauf hätte, Mann. Wenn ich das nur drauf hätte. Bäm. Shotgun. Ja, bleib da oben. Ist gut. Du kannst mir nicht wehtun, ne? Hä, so spuckst du los und dumm in die Luft und so werfe ich auch nur gegen die dumme Tasse. Yeah, Treffer. Uh. Doch nicht. Ah. Kacke. Ja, komm. Ich sterbe jetzt. Wegen dir. Du bist so doof. Äh. Ja, komm. Auf der Weg. Du bist böse. Du bist böse. Du musst sterben. Äh. Drogenmodus. Äh. Zit. Sterben. Ja. So, und das eine Vieh hab ich anscheinend echt runtergeknüppelt. Hä? Wie komm ich denn da hoch? Hm. Ich bin gerade etwas hartlos. Weil ich hab gerade echt verdammt wenig Leben und wenn jetzt ein Bossfight kommt. Oh no. Häh. Quitsch, quitsch. Ah, guck, guck. Not you again. Hm. Komische Drogen, Spinni, Viecher. Itzi-Bitzi-Spinnchen. Äh, daneben. Verdammt. Verdammt normal. Äh. Abspacken. Yeah. Äh. Spinne kann tanzen. Yeah, yeah, yeah. Alice kann ich treffen. Äh. Ari kann ich treffen. Ari ist so dumm zum Treffen. Yay, äh, du fällst einfach in den Tod. Geil. Ich wär vorbei. Nee, hä? Du bist nicht tot? Was, geht ab? Ja, gut. Äh, höh, du bist auch noch nicht tot. Ja, komm. Nee. Boah, langweilig. Steck endlich, steck. Äh. Ja. Ja, komm. Jetzt bist du auch kaputt. Äh, schön. Aber, das Problem ist, dass da unten, glaub ich, jetzt noch einer hängt, ne? Was mach ich denn jetzt mit dem? Das ist echt doof, wenn das jetzt ein Trigger ist. Buins. Ah. Wie scheiße. Was? Ach so, ne Druckplatte. Ja, nee, ist klar. Wunderbar. Ich hab mir nix lieber gewünscht. Boink. Ne, na, super. Hm. Was macht man in so einem Fall? Hm. Leap of faith? Todessprung? Was? Was? Okay. Das ist ja mal interessant. Ich kann nicht runterfallen. Ich kann nicht runterfallen. Ich werd immer wieder respawnt. Das ist interessant. Aber das bringt mir gegen diese Gegner leider trotzdem gar nichts. Was? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das ist ja noch ein bisschen. Ja. Ich kann nicht mehr. Das ist ja noch ein bisschen. für... Ja, spring doch hoch, bitte. Es sind zwei. Leink. Wie soll ich das denn... Ich soll die Tee-Tassen aber nicht irgendwie überschwemmen, oder? Weil das wäre ziemlich... Ach, Moment mal, das sind Druckplatten. Das sind Druckplatten. Ich muss sie aktivieren. Ah, verdammt. Dann passiert da was, ne? Ah, ist das ein kranker Scheiß. Da nehme ich doch zwangsläufig Schaden. Ihr kranken Kinder. Ihr kranken Säue. Und dann kommt ein Bossbattle, ne? Gegen den Hutmacher, ne? Weil der so viel... Ja. Ist nicht wahr. Ja, jetzt sind alle gedruckt. Ich bin zum Tode, verdammt. Mit so wenig Lebenspunkten. Hahaha. Oh, shit. Okay. So, dann machen wir es jetzt mal, dass es Sechse wird. Es schlägt nicht Neune. Es schlägt nicht Zwölf. Es schlägt Sechs. Guten Morgen. Alle aufwachen zum Morgenappell. Ja, wunderschön. Und jetzt kommen die kranken Experimente. Wunderbar kränklich. Kränklich krank. Die Richtung. Und ich brauche Lebenspunkte. Leben. Gesicht. Ah. Fuck my life. Hm. Fuck my life. Zwischensequenz. Bitte kommen wir jetzt. Es fehlt nur noch das Auge des Jabberwockers. Er hat zwar zwei davon, aber er hängt an beiden. Ich fürchte, da wird er seine Meinung nicht anhören. Wo ist übrigens der Hutmacher? Ja. Er kommt doch bei. Hallo. Ja, du bist gar nicht verrückt. Nein. Du bist nur der verrückte Hutmacher. Ja. Komm her. Du bist überhaupt nicht schlimm, ne? Nein. Ganz anders wie deine Genossen und Genossinnen und... Ah, was weiß ich nicht, was du alles vorhast, du kranke Sau. Ich nehme an, dir muss ich auch einfach nur Schaden in den Wands drücken. Uh. Ich bin sowas von tot. Okay. Das heißt, da wird wieder ein Safestation gesetzt. Yay. Jabberwocky. Ba-ba-ba. Es fehlt nur noch das Auge des Jabberwocky. Er hat zwar zwei davon, aber er hängt an beiden. Ich fürchte, da wird er seine Meinung nicht ändern. Wo ist übrigens der Hutmacher? So. Wo ist der Hutmacher? Es macht Bonk und hell. Hö, dann ist er einfach da. Ich habe ihn jetzt nicht geglitcht, oder? Ah. Ich wollte schon sagen. Wow. Was ist los? Wrestling oder was? Bäh. Oh mein Gott. Ich bin so tot. Okay. Was benutzen wir gegen den? Haha. Ja. Tschüss. Ja. Drogen. Modus. Yeah. Das habe ich vermisst. Nicht. Ja. Brenn. Brenn. In einem elendigen Feuer. Böser. Böser Hutmacher. Und wieder mal fehlen sämtliche Sound Samples, weil ich, äh, ja, Quick Save benutzt habe und Quick Load. Ist ja wunderbar, ist ja wunderbar. So, vielleicht kann ich den, ai, 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 da wird aber etwas austricksen. Das ist irgendwie aber gerade, ich durfte, dass ich jetzt dadurch da manchmal keine Sound Samples habe. So. Ja, die Sache ist bei der Herzogin, aua, ja, ist gut. Hatten wir zumindest noch so Möglichkeiten, äh, dass wir uns hinter einem Tisch verstecken konnten und, äh, ja, nein, was ist los? Warum hier zwei von den Viechern? Nein. Äh, ich hasse euch. Ich hasse euch. Ja, boom. Und, äh, ich fliege. Ja, und boom. Und eine ganze Armada fliegt hinter mir. Was ist los? Äh, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich will dem Ganzen nur entfliehen. Ja. Oh mein Gott. Sie sind beide kaputt. Sie sind unvorstellbar. Beide zerstört. Und ich komme da nicht dran. Und, ja, sie würde jetzt wahrscheinlich schreien, wenn sie könnte, aber... Der Sound ist anders. Und was ist das? Ein Fehler? Das war dumm. Hey, das war nicht so dumm, wie ich gedacht habe. Au. Ja, ist gut. Ja, Drogenmodus. Alles klar. Hm. Ich scheine ihm doch beträchtlich zu nerven. Mit meiner Taktik? Hier, komm. Uah, Hilfe. Oh, du bist schnell. Du bist schnell. Ah, du machst derben Schaden. Okay. Nein, Feuer. Okay.